Seat ist eine absolut designorientierte Marke. Keine andere Marke hat es geschafft, allein mit dem Lichtdesign so präzise zu sein und so einen hohen Wiedererkennungseffekt zu haben. Design spielt bei Seat eine große Rolle, oder? Ja, klar. Ich glaube, das ist Teil des genetischen Codes von Seat. Wir sind die einzige Marke, die deutsche Technologie mit mediterranem Flair verbindet. Und mediterranes Flair beinhaltet das Design zwangsläufig. Und ich glaube, es ist ein gutes Package, was wir hier sehen können. Bei uns auf dem Stand deutsche Technologie mit einer ordentlichen Verpackung. Go!